Ich sehe Kino als ein Abbild einer Welt und mich interessiert die Welt. Mit dem Animationsfilm kann ich Welten schaffen und ich kann Figuren lebendig machen. Lebendig heißt ja nicht nur bewegen, sondern auch Seele geben. Und wenn das gelingt, wenn eine Figur sich in einer Welt bewegt, die glaubhaft ist und wenn die Figur glaubhaft ist, das ist die absolute Leistung, die man dann erreicht hat. Aber letztlich, wenn daraus ein Film wird und dann kommen wir wieder zur Faszination Kino, das heißt, wenn man den Zuschauer erreicht mit dem, was man eigentlich will, dann, das ist die absolute Faszination, die es nur im Kino gibt. Letztlich geht es, ist ein Film nur gut, wenn eine Geschichte gut erzählt wird, halt mit dieser Technik Animationsfilm. Fangen wir bei den Fehlern an. Viele Leute sind fasziniert, eine Zeichnung bewegen zu können. Und das ist aber letztlich nur immer das eine. Eine Bewegung zu sehen, dieser Reiz geht schnell vorbei, wenn nicht, sagen wir mal, eine Geschichte bzw. eine Seele oder, weiß ich, eine Message dahinter steht. Das heißt, die Kombination von beiden, wenn das einer beherrscht, der Animationsfilm machen will, dann ist es gut. Ich möchte eine dreidimensionale Wirkung. Ich möchte einen Raum bilden, denn nur in einem Raum gibt es das Gefühl von Atmosphäre und Freiheit und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe immer versucht, wenn es um die Hintergründe geht, räumlich zu arbeiten, in Ebenen zu arbeiten und zu denken. Das ist das eine. Und genauso müssen die Figuren auch räumlich wirken. Wir haben mit 2D begonnen, zweidimensional, haben aber unsere Figuren durch Lichtsetzung, durch Licht und Schatten dreidimensional wirken lassen. Letztlich basiert diese Form auf dem, was ich selber als Künstler kennengelernt habe. Ich bin auch Designer. Und eigentlich das, was wir produzieren, ist etwas, was ich designen könnte und designen würde. Und ich liebe seit jeher etwas lebendig zu machen. Und eine flache Figur ist für mich nicht lebendig. Eine Figur ist für mich lebendig, wenn sie über Licht und Schatten räumlich definiert wird und wenn sie auch dadurch lebt. Deswegen alles, was wir produzieren, hat eine dreidimensionale Wirkung, auch wenn es vorerst nur in Anführungsstrichen in 2D produziert worden ist. Mittlerweile produzieren wir auch in 3D, das heißt, wir können das, was ich mir vorstelle, können wir mit der neuen Technik viel, viel leichter produzieren. Letztlich unterscheidet das sich aber nicht mehr von dem, was zum Beispiel die Amerikaner mittlerweile auch machen. Also alle produzieren jetzt mit 3D. Alle erzielen eine dreidimensionale Wirkung in dem, was sie machen. Nur der Unterschied zu uns wiederum ist, dass wir 3D nur als Tool benutzen und wieder die Wirkung erzielen wollen, die wir in 2D gehabt haben. Unsere Filme sehen nicht, haben nicht diese glatte Plastikästhetik, wie sie oft bei den amerikanischen Filmen zu sehen ist, sondern unsere Filme sehen wie selbstgemacht aus, haben diesen Charme des Selbstgemachten. Ein Computerfilm ohne zeichnerische und künstlerische Vorbildung ist unmöglich. Bei einem 3D-Computerfilm, wer sitzt am Computer? Ein Operator, ein Techniker? Wie kommt das Modell in den Computer rein? Das läuft nur über die Zeichnung und nur über einen, der wirklich auch fantastisch zeichnen kann. Denn der Computer lügt nicht. Alle Fehler, die man macht, werden gnadenlos vom Computer gezeigt. Das heißt, wenn man eine schöne Figur sozusagen machen will, muss man einen Zeichner haben, der in der Lage ist, auf der einen Seite die Schönheit zu sehen, auf der anderen Seite aber auch die Macken, die so eine Figur haben kann. Denn plötzlich baut man eine Figur, die man von allen Seiten, von allen Perspektiven sieht. Als wir uns überlegt haben, Laura Stern zu verfilmen, habe ich mir den Kopf zerbrochen, was für einen Film kann man da eigentlich machen? Was ist das für ein Genre? Oder ist das vielleicht ein Film, der zu klein ist? Weil die Grundlage ja ein Bilderbuch ist. Und dieser Prozess war eigentlich ziemlich lange, dass ich Zweifel hatte, diesen Film zu machen. Bis ich gedrängt wurde, tatsächlich gedrängt wurde, Miyazaki mir anzugucken, und zwar den Film Totoro. Und das war für mich durchschlagend, denn genau das, was Miyazaki macht, und da ging mir das Licht auf, möchten wir eigentlich auch bei Laura machen. Nämlich eine Alltagssituation, eine Alltagsgeschichte zu etwas Besonderem machen. Und das ist genau die Philosophie von Laura Stern. Und so gesehen war, plötzlich gab es bei mir ein Klick. Das, was ich immer vermieden habe durch meine ganze Produktionszeit, mich nach einem Vorbild zu richten. Also Disney war nie ein Vorbild, vielleicht seine Technik, aber ich habe nie einen billigen Abklatsch eines Vorbildes machen wollen, sondern immer meine eigenen Kreationen, um, sagen wir mal, etwas Unvergleichbares wollte ich immer machen. Nur plötzlich, als ich Miyazaki war, wusste ich, das ist der Meister. Und sich nach so einem Meister im gewissen Sinne zu orientieren, ist etwas, was wir dann auch bei Laura Stern gemacht haben, ohne wiederum zu kopieren. Ich denke, das, was Miyazaki geholfen hat, ist die jahrzehntelange Comic-Kultur in Japan. Das heißt, da hat sich eine Kultur entwickelt, wie man sozusagen mit wenigen Strichen eine Figur dargestellt hat. Und Miyazaki hat ja schon an Heidi gearbeitet. Und wenn man sich Heidi anguckt, ist es gar nicht so weit weg von Kiki, auch Miyazaki oder Totoro. Das hat eine, er hat also Jahrzehnte gebraucht, um, sagen wir mal, diese Kultur und diese Kunst, die er entwickelt hat, hinzubekommen. Das heißt, es ist begründet, denke ich, in dieser Kultur, in der Comic-Kultur. Das heißt, es ist begründet, denke ich, in dieser Kultur und der Kultur, in der Kultur und der Kultur. Untertitelung des ZDF, 2020